so wala youtube was geht ab mein name ist herr und ich habe neues video für euch und zwar ist es der 500 win casual bzw renkt mit dem op after nerf der nerf ist online so und ich hoffe ich werde jetzt first take one take gewinnen und mir den goldenen priester holen plus ich weiß gar nicht wie die interaktion jetzt sein wird wenn ich hier mit tyrande spiele oder wenn ich sogar anduin habe wie das am ende sein wird wobei man das vorher mit direct ist eigentlich sehen konnte immer aber ja mal schauen ich zeige euch kurz die deckliste das haben wir diese liste die ich auch schon mal gespielt habe allerdings habe ich kola kakola ausgetan für dirty red der rest ist eigentlich gleich und wir können das mal spielen und ich habe bei der gestern im stream top 50 gehittert ich bin das mal irgendwo ein wenig schaffe so aber auf jeden fall geil und ja jetzt wahrscheinlich mit dem wind menschen wieder ein top 100 aber ja viel glück und viele grüße an alle dein t shirt ist drecke ich sage er wird verlieren ich grüße mein rechtes knie 500 wund für sich den popel vorweg waren ihr seid so alle weg ok meinst du meinst du bist du bist oder dingens token hallo 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 musst du wissen ja sag mal ich sag es ist jade jade ok dann kippe ich nix ja das ist doof wobei kippst du shadowed pain für na ok gut weiß es nicht ich habe nicht viel sprich da gespielt für fendel meine ich aber eigentlich nicht machen schon dumm sehr ooo was sehe ich da es ist dingens na trocken aber was auch sonst so ich weiß was jetzt wartet er fasst wirklich hin an die nase ist einfach so ich wusste auf jeden fall dass ich kein popel an der nase habe keine sorge es ist nur so dass man automatisch fast ja in der welt alles hat der turn 1 hat einfach aber ein mana weniger jetzt also in der welt bringt nur einmal kurz so so ja 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 cool an der jetzt theoretisch noch sein 1 2 spielen können also die flame elemental kacke ich brauche dingens teilen aus ich habe spielt 30 red und pulle hoffentlich kein 8 8 da ok eigentlich gutes guter ort kommen so aber sein bord ist full aber ja klar kriegt der savage war auf drei top deck mit vollem bord alter das ist so ein kack spiel der top deck einfach genau das was er braucht ja guten bach wäre auf jeden fall besser gewesen aber trotzdem easy win fast gewonnen das game ja genau geht jetzt erst mal hier 10 16 damit kurz so das ist einfach so geklappt das so trash so ich habe ich muss auf jeden fall spirit löschen also 100 prozent 5 heal und healen oder shadowed pain spielen wenn er flash link top deck habe ich nix gegen flash link deswegen heal ich mich der hat jetzt 2467 damage das heißt ich bin wieder auf 10 nächste runde holen oder auf jeden fall cool mark of the wild einfach mark of the wild was denn dafür gekattet ich verliege gegen so ein trash deck das ist so ein das ist so unnötig jetzt kriege ich was kassackos für 1 wenn du mir jetzt kein wort hier gibt ne da weiß ich auch nicht die l3 damage 100 prozent die l3 damage was hat ich für dina dirty red sammeln in the minute der teil des turn cool story bob oder schon anderen lino boom 26 easy easy war natürlich top deck der das aber ja okay also ich habe fünf leben meintes 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 hallo 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 ich weiß ich weiß nicht never ich habe fünf leben und er hat sechs mana und er hat keine karten und leeres board du sollst es gewonnen haben nur aufheife ja ja aber meinst du der kann jetzt zweite abdecken ich kann auch drum herum spielen indem ich mich hier aber dann halt ich will lyra spielen du kannst aber dann habe ich halt nur fünf leben ja selbst wenn das web top deckt kann er sich töten ja doch klar wie denn ich habe fünf leben und er hat sechs mana so meintes ich soll drum herum spielen ah nö macht man nicht der ermutigt mich einfach komplett naja wenn jetzt irgendwas das fahrzeug letztendlich kann es sich einfach hier hin und den anderen minion kaputt machen ja ich wollte ihn einfach spielen damit ich jetzt glaube ich nicht also wirklich safe sein willst ja safe safe ne ich weiß ja gut so ja der ermutigt mich einfach komplett der ist komplett weg naja das einfach mag das war kein jascha rasch mag auf jascha rasch und hat man keine ahnung wie das heißt ich glaube dass das kürzeste video eu ich kann es nicht gucken wie kurz das ist ich denke noch keine zehn minuten an dieser stelle ja hier ich mich auf jeden fall wieder naja ich kann spielen also klar ich will immer zuerst ja im grunde genommen kann ich einfach so ich weiß gar nicht warum ich mir so viel zeit lasse uuuh innerwelt für einen mana value ne was sagst du der value jetzt wow drankfire potion sick hehehe ein mana ist war scheiße übertrieben geil so sieben leben wenn er jetzt dingens hat dann bin ich ein bisschen naja ok ich habe drankfire potion yes yes easiest game of my life ok 490 und jetzt 500 wins christ bam geil ok ich habe meinen achten hero jetzt auf gold geiles leben auf jeden fall wer ist der letzte ok wer das jetzt im chat als allererster schreibt ist geil und wenn du das auch jetzt errätst ohne irgendwie ja fuck sag mal denk mal nach ja aber kannst nicht wissen du hast nicht so lange ja warte warte ja gut paladin nein paladin war meine zweite hier kurz die animation von anduin supergeil rogue fisch war der schnellste fischelbiss geil rogue natürlich ich kann mal kurz gucken wie die games ich mit rogue noch brauche ähm maja so mit rogue brauche ich noch 224 games super sick ähm aber ja die decklist zu schaffen wir in die beschreibung ich kopiere das jetzt schon mal damit und das war es dann mit dem video sag auch mal tschüss mit wem kann ich so hast du ich hab dazwischen gesprungen sag nochmal tschüss sag tschau youtube sag mal bitte tschau youtube tschau youtube tschau youtube tschau youtube tschau youtube tschau weil ich hier oben links wenn du da ein klick konnte zum letzten video hier unten links zum neusten und hier zum video was vielleicht zugestehen und hier können ich abonnieren tut das auf jeden fall denn in zukunft kommen top 100 videos und auf jeden fall geil aber ja